ja servus und hallo zusammen willkommen zurück zu x4 foundations ja zurück hier mit der lw ins gang gesagt nein nicht natürlich mit der lw ins gang sondern mit unserer mühle hier und hier fordert schon wieder irgendjemand verstärkung an und das ohne grund wahrscheinlich ich sehe hier zumindest nichts rotes ja die letzte folge eine stunde lang hier im sektor unterwegs gewesen und ein bisschen hier und ein bisschen da ein paar minen weggeklöppelt auf der suche nach dem erz gewesen zehn und gehauen ja also es war der ex face ist immer noch da hat man gerade gesehen auf der linken seite im radar da war er kurz da der erste besucher aus einer anderen dimension da unten ist er genau schön ist ja lustig gut wir haben diese sprung tour entdeckt und da werden wir heute mal hindurch fliegen und den roten da drüben wenn man gezielt ignorieren so okay sagt mir das was nee die was zwilling okay ist offenbar nicht hier nähe ist nicht an den ring angebunden direkt gehört aber den teladi wir sind energiehändler okay schauen wir uns hier mal um so erstmals kennen genau immer schön darauf achten ich wollte sagen schön darauf achten immer den scanner aufzuladen schon wieder zu lang gewartet ja da bin ich doch so ein bisschen im rebirth timing habe ich so den eindruck da konnte man den scanner nämlich etwas länger aufladen okay so der scanner hat im ersten moment nichts gebracht das irritiert mich jetzt ein bisschen aber gut hier ist ein highway da könnte man mal rein schippern was ist das da drüben sieht man auch noch an dem sprung tor aus wenn es auch in einer etwas komischen farbe dargestellt wird hier war es zwilling 1 ok da hinten sehe ich schon eine station oder was das ist aber was ist das hier das sieht man nach dem sprung tor aus ich kann es nicht anklicken vielleicht will ich noch zu weit weg bin da ist eine station ok ich behalte es mal im auge des sprung tor oder das vermeintliche sprungtor ok jetzt ploppen links ein paar asteroiden auf unbekanntes objekt jetzt muss es doch drauf gehen entschuldigung kann doch nicht sein jetzt muss es doch drauf gehen dieses ding das ist doch ein aktives sprung tor hallo ich kann es nicht anklicken ich verstehe es nicht superhighway unbekannter sektor ist das ding inaktiv oder das ist eine handelsstation jetzt auch das ist eine handelsstation ok ich habe es verwechselt das ist so eine teladi handelsstation die sehen auch so komisch aus ja ja super hätte ich auch in den highway springen können weißt denke ich mir gerade das war übrig grafen grafinerie ja man spricht das grafen aus wurde mir gesagt weil ich immer gesagt habe ich wie spricht man das aus grafen oder grafen oder wie auch immer mir hat es nix gesagt im ersten moment so kurz scannen und wieder aktivieren und hier rein erst mal hier die kiste erkunden sagt ok super ich sehe noch mal hier hoch xinon schön hat doch was ok m xinon m das ist ein n ok wo ist der unterschied keine ahnung m und m hm ja also was da der unterschied ist ist mir klar aber was jetzt der unterschied bei dem xinon ist das weiß ich leider nicht hier sind relativ viele schiffe und angreifer patrouillen das scheint eine kleine kampflotte zu sein hier ja ja komm komm gsenon auf geht's wir bitten zum tanz komm naja da hat mir jetzt die hälfte vom schild runter gezogen der hat der klöppelt mal richtig dort der auto der klöppelt mal richtig jawoll da ist er kaputt dankeschön ok also das ist jetzt schau mal hier das ist ja die volle kampfgru hier fernix angreifer was hier unterwegs ist fernix angreifer sagen wir wollen das ist ja eine kleine kriegsflotte hier oder fernix verteidiger das sieht fast so aus wie eine kleine kriegsflotte fernix verteidiger wow ok ich bin dezent begeistert halt da war ein container habe ich gerade noch gesehen stopp 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 irgendwo war ja ein container den will ich haben bitte da danke ne nimm mal alles mit ist ja ist ja nicht so wie bei armen leuten haha genau ein asteroid ein asteroid ok so mal schauen ob es hier schöne kristalle gibt was ist das hier das ist erz ok das ist aber kein kristall kristall das zählt nicht oh da ist einer schau mal das blaue ist mini laien kristall cluster ja kollege hat geschrieben dass es so unterschiedliche gibt dass die unterschiedlich viel wert sind ok ok zu mir bitte ich habe aber nicht gemerkt wer wie viel wert ist ganz ehrlich das war mir da zu much aber ist kein problem faustregel in meinen augen einfach einstecken ne einstecken was geht asteroid so kann ich den jetzt nochmal ne der ist der ist aufgebraucht oder der hier der ist aufgebraucht ok nachdem der hier noch da ist schätze ich mal der wächst nach würde ich mich jetzt trauen zu behaupten will ansonsten würde macht es keinen sinn dass der noch angezeigt wird ist jetzt eine vermutung Asteroid ein Asteroid ein Asteroid ok ne schauen wir hier weiter Asteroid da ist erz drin Asteroid Asteroid nevidium ok pass auf ich glaube hier würde es sich definitiv lohnen eine ressourcensonde raus zu hauen hier drüben schadet bestimmt nicht also komm sonde raus oh ja schau mal hier genau erz silizium ein kleines bisschen nividium wobei so schlecht ist es gar nicht aber das hat sich also gerade erz silizium kann man ja richtig schön rausholen hier ist ein laser turm ok mikrochip fabrik so ich habe den handelsfilter deaktiviert ne verkaufen mikrochips und nachfrage momentan eigentlich keine ein kleines bisschen energiezellen 21 zahlen die was kann doch nicht sein der preis oder produktion für was war produktion 11 oder sowas ne im besten fall wenn es lager voll ist 21 und das ist nur ein 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 hexagon komisch ok na gut soll mir egal sein in dem moment wir scannen mal ok da kriegst du jetzt überall pinks na ist klar na gut nach oben noch einen ok also hier gibt es nichts eine tüte nichts ja dann haben wir da mal eine station so wie es aussieht dann würde ich sagen wir düsen mal dahin genau also leise triebwerk aktivieren und los geht's mein gott da fliegen so viele asteroiden rum da weißt du gar nicht ne da müsstest du jeden einzelnen jetzt abklappern um zu schauen ob da irgendwo kristalle drauf sind hm ist vielleicht ein kleines bisschen aufwendig so was haben wir da laserturm und depot ok hüllenteilefabrik da gibt es ne mit was ist das hier was heißt denn diese lupe da hinten was heißt denn die lupe was heißt denn die lupe ist mir jetzt noch nie aktiv aufgefallen ehrlich gesagt komisch was heißt denn die lupe leute blenteilefabrik ah scanfortschritt 18% war ich schon mal hier näher nee wir waren doch noch nicht hier na gut vielleicht ist dieses dieses diese lupe dieses symbol vielleicht ist das immer an stationen aber mir ist das bisher noch nie aufgefallen aber dann müsste ich schon sehr viel übersehen haben sage ich mal vorsichtig so was wird hier verarbeitet gar nichts oder lustig aus da wird nichts verarbeitet man hört zwar was aber na gut das hier deutet mal darauf hin dass hier irgendwas verarbeitet wird aber man sieht nichts aktiv dass was passiert das ist ja was anderes wenn du bei einer schmelze bist oder so da sieht man ja was irgendwo sind hier piraten unterwegs das klingt doch verdächtig das klingt doch fast verdächtig meine damen und herren ja okay ich schätze mal hier muss ich wieder mit dem raum anzug durch die gegend düsen schätzungsweise aber ich sehe hier nichts na gut was soll es wir parken hier so mausflug stopp äh aussteigen bitte ist unabgeschlossen beschaffe kapitän ja sehr lustig okay scan modus aktivieren was ist das da oben so blinkt es hm irgendwo hier ist doch okay was habe ich jetzt da was habe ich jetzt da eingesammelt ich habe irgendwas repariert oder keine ahnung was ich da gerade gemacht habe es war gerade ein bisschen merkwürdig auf jeden fall ist das geräusch weg ich scheine hier irgendwas repariert zu haben okay schön ja freut mich wenn ich helfen konnte das pfeifen ist weg na gut wieder was gelernt du hast dich nicht vom spiel veräppeln genau die nächste lektion ups na gut okay hat er zählen lassen na da hallo hallo lass mich mal wieder bitte danke also keine ahnung was das gerade war vielleicht habe ich das gebraucht damit ich damit ich scannen kann ne vielleicht war das so ein da musst du aussteigen wenn du das modul scannen kannst gedöns sowas ups gibt es ja auch habt ihr geschrieben ja da merkt man wieder ne haubi liest kein forum und haubi hat wieder den guten alten gemächlichen spielfortschritt illegale daten auf drohne entdeckt aha ja was gibt es denn hier schönes was ist denn da wer hat denn da was weggeschmissen freunde ach das ist ein container die kann ich ja logisch die kann ich nicht einsammeln das sind ja inventar waren die ich mitnehmen kann da muss ein kleines schiff geplatzt sein wobei so ein bisschen kann ich doch auch ich habe da auch einen kleinen laderaum kann da auch energiezellen transportieren da ist wieder so ein so ein geräusch gewesen das ist genau wie auf der anderen seite ne ja jetzt wird es das interessiert mich jetzt das will ich jetzt wissen ok nochmal aussteigen scan modus aktivieren so 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 ja ja so genau danke so so ok das ist wieder die suche nach der nadel Das ist doch direkt hier. Ach, da ist es. Oder? Ne, auch nicht. Verdammt. Das, oh, ich kriege einen Föhn, ey. Verdammt. Mir geht hier irgendwas. Die Übertragung empfangen, ja, 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 okay. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen raus, mal ein bisschen Abstand. Vielleicht muss man hier irgendwas reparieren, was sich mir noch bisher nicht erschlossen hat. Entschlossen, genau. Hier ist was rot. Rot ist nie gut. Oder selten. Vielleicht muss ich hier irgendwas reparieren. Oder ist das bloß eine rote Lampe, die rot leuchtet. Wahrscheinlich ist das so, ja. Ach, das reflektiert hier bloß, oder? Ja, okay. Schön. Gut, das Spiel hat mich wieder geärgert. Habe ich hier irgendwo was rotes. Da unten. Naja, aber das ist es auch nicht. Oder? Huch. Was ist denn hier los? Hilfe. Ich glitsche jetzt durch die Textur. Echt? Ist das, ist das gewollt? Das ist nicht gewollt, oder? Oh je. Das ist sicher nicht gewollt. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Sonst wäre es echt ärgerlich. Oh je. Ne, da komme ich. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig, Leute. Dass du da einfach durch die Textur durchglitschen kannst. Kann ich hier auch durch? Ja, tatsächlich. Ja, komm. Das ist natürlich nicht schön. Das ist natürlich nicht schön. Ich höre es doch. Es ist doch direkt hier irgendwo. Ich glaube, ich schmeiße es jetzt dann echt hin. Das muss hier irgendwo sein. Ja, wer hätte es gedacht, hier irgendwo. Ja, ja. Hm. Ich glaube, ich werde es an dieser Stelle gut sein lassen, weil ich komme hier nicht weiter. Das scheint noch ein bisschen nicht ganz funktional zu sein. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist noch nicht ganz funktional. Ich möchte das mal. Hm. Okay. Na gut. So. Schiff andocken. Komisch. Sehr merkwürdig. Okay. Oh, jetzt bin ich dran vorbeigesegelt. Jawohl. Na schön. So, Käpt'n, lass mich mal wieder bitte. Jo, danke. Also, ich versuch's nochmal. Von der Seite aus einfach mal ein bisschen weiter unten gucken, aber... Ne. Da ist nix, also das... Ich glaub, das ist buggy. Jo. Gut, dann lass uns mal andocken. Wo docken wir an? Ach, hier unten, okay. Mal schauen, was es hier schönes gibt. Lande Computer for the win, genau. Erfolgreich angedockt. Okay. Nostrupöl. Na, brauch ich nicht wirklich. Ne. Sonst gibt's ja nix, ne, oder? Ich... Schau mal, ob wir hier... Ob wir hier Inventarwaren vielleicht loswerden. Hallo? Ich wollt grad zeigen, lass mich mal raus. Ob wir hier Inventarwaren loswerden. Da drüben ist ein Shop. Das sieht gut aus. Plus eins Moral, okay. Na gut, ich hab eine Crew, also dann. Ich würd gern zum Händler, wenn's geht. Danke. Halt, wo ist die Werkbank? Da ist die Werkbank. Herstellen kann ich. Nix, gut. Kann ich bei dir die Kristalle verkaufen? Kann ich helfen? Bitte sehr. Hm. Hier, Kristall. Ist ja nix wertes Zeug. Matcha Glitz. Das werd ich los. Hier, die Kristalle sind ein bisschen mehr wert. Ja, doch, das läuft. Den anderen Scheiß hier, den kann ich doch auch alles wegpäschen, oder? Die Handelsgüter, die brauch ich doch nicht fürs Craften. Da brauch ich ja bloß... Also bloß... So ein Gedöns. Den Blödsinn, den kann ich doch alles wegkloppen. Weg damit. Weg damit. Ja, da gibt's 250.000. Guten Profit. Jo, danke, tschüss. Ne, war zumindest ein kleines Geld mal. Okay. So. Discoverer, Angreifer. Jo. Ich grüße Sie. Jo, grüß dich. Lass mich mal wieder hin, bitte. So, abtocken. Und weg hier. Okay. Map. Hüllenteilefabrik. Die brauchen Teladianium. 2500. Naja. Okay, dann... Kleiner Scan. Okay. So, gucken. Können. Nix gefunden. Echt. Wow. Du wirst mir nicht erzählen, dass hier nix ist. Das glaube ich ja fast gar nicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass hier nix ist. Mein Herr. Spiel. Glaube ich fast nicht. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen durch die Gegend heizen. Aha. Gasregion. Was haben wir denn hier drin? Äh, was? Dieser Scan hat sich als sehr Einträglich. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Vergiss es. Du bist 100 Meilen weg von mir. Was wirst du von mir? Bist du doof? Wie kann der mich scannen, bitte? Unbekannte Station. Ah, Station da hinten. Na, ist dann. Wie kann der mich scannen? Es ist weiter und breit kein Mensch gewesen. Okay, hier vielleicht. Ja, was ist ein Wasserhändler? Also, naja. Wie war das? Wir selber müssen quasi dem in den Auspuff reinfliegen, um irgendwas zu scannen. Aber für ihn ist das kein Problem. Das ist schön. Das hat was. Gaia. Verteidiger. Antimaterie Zellenfertigung. Antimaterie Zellenfertigung. Gaia. Verteidiger. Antimaterie Zellenfertigung. Moment. Antimaterie Zellen. Da brauchen wir doch was für die eine lustige Mission, ne? Okay, da sind noch Stationen da hinten. Oder unbekannte Objekte zumindest. Da unten. Ne, ist ein Station. Moment, das ist ein Objekt. Okay, das ist ein Objekt und das ist eine Station. Also, schauen wir da mal hin. Ach ja, Speichern zwischendrin. Genau, da war ja irgendwas, ne? Immer schön speichern. Inzwischen, wie viel Geld haben wir? Eine halbe Million, so oder? Ne, 370.000. Okay. Ist noch nicht so der Hit, ich weiß. Oh. Ach, die K-Achsen, auch schüttert da. Was haben wir denn hier drin? Ja, ja, ja. Na, schau, es ist weit und breit keine alte Sau. Aber ich werde hier auf 200 Millionen Kilometer Entfernung gescannt. Boah, Leute. Dieser Scan hat sich als sehr einträglich herausgestellt. Lassen Sie einfach die Fracht fallen. Teladi, weißt? Teladi greift mich an. Ist sehr geil. Ein Sprungtor. Hm? Gut. Na dann. Wo geht's hin? Boah, auch hier wieder eine kleine Kriegsflotte. Firmenbelange. Äh, hallo? Schwierig. Unbekannte Station. Ah ja, hier, genau. Hüllenteilefabrik, auch hier. So, scannen. Okay. Wenn ich schon mal hier bin, kurz gucken. Sieht man auf den ersten Blick mal irgendwo... ...Kristalle. Ich seh nix. Ne. Halt, da hat's geblinkt. War auch ein Tipp. Ne, manchmal... Hier, hier blinkt's ja richtig. Da sind Kristalle. Hier dieses kleine Blinken, was man da grad gesehen hat. Und da hinten auch. Ja, Baby. Hier, schau mal. Ja. E-Kristalle. Mhm. So. Oh, diese Geschütze eh. Alles meins. Her damit. Alles Heimkehrer. So. Und da drüben hat's geblinkt. Hier, genau. Da ist er auch, genau. Da ist auch nochmal sowas Leckeres. So. Anhalten. Und zu mir bitte. Agilid. Mhm. Na, ist hoffentlich ein bisschen was wert. Na. Okay. Ich seh nix mehr. Na gut. Kann man vielleicht hier in der Station noch kurz... Genau, man sieht hier jetzt auch in den Asteroiden, was drin ist. Hier in die Videon zum Beispiel. Asteroid. Silizium, Erz. Asteroid. Asteroid. Ja, mit in die Videon kann man auch gut Geld verdienen, wenn man die entsprechenden Abnehmer hat. So, scannend, genau. Ah, schau mal hier. Was haben wir denn da, schönes? Da bleiben. Dreh dich, Schiff. Ja, wo ist es denn jetzt? Da. Ich bin froh, dass sie mein Signal gefunden haben. Mhm. Schnellreise. Wie, ja? Klar, ich suche nach einem schnellen Schiff. Ein guter Pilot. Ich muss schleunigst hier weg. Wohin es auch geht. Ja, okay. Jo, mei, warum nicht? Gut. Machen wir. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mhm. Bist du sicher? Undockerlaubnis erteilt. Jo, danke. So. Machen wir gleich mal hier andocken. Verdienen wir die nächsten 160.000. Und dann können wir uns mal ein bisschen pimpen. Schiffe pimpen. Erfolgreich angedockt. So, okay. Aufstehen, bitte. Willkommen. Ja, 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 ja. Willkommen. Mensch, jetzt muss ich dahinterstehen, weißt du? Oh, Leute, Leute. Jetzt muss ich da einmal dahinten rennen. Beziehungsweise im Moment, das ist beim Händler da hinten. Dann kann ich den Transporter zum Händler benutzen. Genau. So, irgendwo da drüben. Okay. Handle ich mal schnell. Doch, pass auf. Ich hatte hier ein paar Kristalle für dich. Schau mal hier. Oh, die sind ja richtig was wert. Schau mal hier. Geil. Genau die richtigen erwischt. Machaclid. Achso, da habe ich nichts mehr. Okay. Da hier. Wiederhören. Danke. Ja, das war gut. Zum Glück hat er so viel Klimpergeld gehabt, ne? Der Kollege. Also das hat sich jetzt richtig gelohnt. Richtig Asche gemacht. Sehr gut. Können wir gleich investieren, die Kohle. Hallo. An Bord bitte hier. Sie haben gerade nicht genügend Platz auf Ihrem Schiff. Was? Achso, verdammt. Mist. Klar, ich habe ja die volle Crew hier. Ach, da hätte ich auch dran denken können. Okay, Besatzung. Crew. Oh, Leute. Mist. Pilot. Ingenieurswesen. Vollständige Liste. Jetzt mal einen Moment. Ich gehe raus. Komm, ich helf. Du bist raus, Junge. Du bist... Tschüss. Mach's gut. Sorry, ne? Das ist jetzt eine harte Nummer, aber ich muss den loswerden, damit ich die Tante hier mitnehmen kann. Hallo? Hallo. Jetzt aber. Geht doch. Ne? Habe ich einen Typen rausschmeißen müssen, bloß, dass die Tante hier mitfahren kann? Ja, ich glaube ja nicht. Was bedeutet das? Niemals das Schiff Maximum beladen. Zumindest nicht das Operationsschiff, ne? Mit dem man selber unterwegs ist. Ja, ja, das hast du schon gesagt, Peti. Dann geh mal weg hier, ne? So, ist die Tante jetzt schon an Bord? Laderaum. Ja, das sieht so aus. Ne, Quatsch. Laderaum hier, das heißt, auf der Station ist der Typ. Mist. Teladi Maradeur. Da könnte man vielleicht ein Schiff abgreifen hier, ne? So, ja, ist die Tante jetzt schon an Bord oder nicht? Briefing anzeigen. Okay, so wie das hier aussieht, wir sind noch bei Schritt 1. Noch ist sie nicht bei uns, ne? Weil hier ist noch... Ah, vorbei, ne. Wo sehe ich das? Sehe ich das im Log-File vielleicht? Ob die schon an Bord ist? Ne, da steht bloß, dass der Auftrag akzeptiert ist. Ja, ich docke jetzt einfach mal ab. Wurde schon an Bord sein. Oder auch nicht. Ne, ich glaube, ist noch nicht an Bord. Was haben wir denn hier drin? Ne, ist, glaube ich, noch nicht an Bord. Weil die Station ist immer noch angeixt. Oder? Dieses Scam hat sich als sehr einträglicher... Ich habe doch gar nichts dabei, Junge. Was willst du denn? Lassen Sie einfach die Fracht fallen. Da ist sie. Ja, da ist sie, genau. Okay, sehe ich das nicht, der Missionsmanager, echt? Hm. Okay. Na klar, man kann natürlich auch warten, bis ich die Dame melde. Hm, na dann. Nein, kein Kurzstrecken-Transporter. Wie kaputt? Sie hätten lieber eine Profitwarnung. So. Jetzt hauen wir den Onkel da drüben noch schnell weg, weil der regt mich dezent auf. Oh, ich habe kein Schild mehr. Genau, ich habe mein Schild verbustet. Was haben wir denn hier drin? Aber jetzt verscheiße ich es mir bei den Teladi, wenn ich den angreife, ne? Oder nicht? Dieses Scam. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Vergiss es. Niente, ist nicht. Der haut ab vor mir. Das ist sehr vernünftig. Also, schauen wir mal, was Sie haben. Ach, packt grüne Schuppe, okay. Sie sind nutzlos. Danke für Ihre Hilfe. Mhm. Das sieht gut aus. Ich hätte gerne etwas davon. Die Fracht abwerfen. Jetzt reg mich auf, doch. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Discoverer, Angreifer. Ach, der will mir jetzt ans Leder, okay. Gut. Aber der boostet auch weg von mir. Diese Piraten, die spinnen doch alle. Die sind doch... Discoverer, Angreifer. Die sind doch alle nochmal ganz sauber, ja? Ach, keine Lust. Discoverer, Angreifer. Was hat der für Probleme? Na, greifst du mich jetzt an oder machst du Urlaub? Oder was stimmt mit dir nicht? Junge, was stimmt mit dir nicht? Ich würde es mal ohne den ganzen Dreck probieren, den du dir wahrscheinlich reinpfeifst. Ja, wir werden Sie bezahlen. Mach, weil du dir Handlung ist inakzeptabel. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Leute, ist das euer Ernst, oder? Der hat auf mich geschossen und ich bin jetzt der Böse, oder was? Ach, komm. Oh, ey, böses Spiel. Ach so, ja klar, weil das ist ja eine Teladistation. Und die können ja da dazu, deswegen. Okay. Okay. Jo, mach mal. So, ich bin weg. Reiseantrieb. Adios. Adios, Senior. Ne? Wiedergehört. Das habe ich ganz vergessen, dass die grüne Schuppe ja mit den Teladi da irgendwie sympathisiert. Oder andersrum, ne? Oder irgendwie so gegenseitig, was weiß ich. Also kein Piraten-Gekloppe. Wenn die da daneben sind. Das habt ihr aber auch mal geschrieben, ja? Kann ich mich erinnern? Da will ich es mir jetzt natürlich nicht verscherzen bei den Burschen. So, kurz gucken. Fraktion, habe ich schon irgendwo Dreck am Stecken? Nö. Okay. Gut. Also völlig zu Unrecht natürlich Dreck am Stecken. Na, ich bin ja ein ganzer Braver. Manchmal. So. Kommen wir mal ein Scan raus. Da ist nichts mehr. Da wäre noch nochmal eine Mission gewesen da unten. Aber gut, hier ist noch ein lustiges Sprungtor. Dass man sich noch anschauen kann. Was haben wir denn hier drin? Boah, Alter, diese Scheiß-Piraten hier. Erneuten. Undock-Erlaubnis erteilt. Das ist schön. Das Scan hat sich als sehr einträglich herausgestellt. Ja, ja. Lassen Sie einfach die Fracht fallen. Nein, nein. Ich lande hier lieber. Das ist viel lustiger. So. Lande-Computer. Und jetzt Asche auf mein Konto. Gute Arbeit. Willkommen. Sehr gut. Das war nicht schlecht. So, Schiffsinformationen. Jetzt, Adle. Käpt'n Haubi, 5 Sterne. Das ist immer dann nur der Lacher schlechthin. Aber na gut. Wir haben einen. Hier unsere Hilfspiloten. It's a Munkat. Ja. Mhm. Das ist quasi der Pseudo-Captain. Wir haben eine Service-Mannschaft nicht zugewiesen. Warum nicht? Achso, weil das der Pseudo-Captain ist, oder was? Lehrling. Aha. Was tue ich hier, verdammt? Hilfspilot, da ist er, genau. Genau, hier sehe ich die Stats. Also, der hat Ingenieurswesen. Ob das so clever ist, wenn der mit dem Ingenieurswesen der Hilfspilot ist? Aber den kann ich ja... Wie kann ich den wieder zurücknehmen? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Wenn ich den einmal befördert habe zum Käpt'n, kann ich den vermutlich nicht mehr zurücknehmen. Schätze ich mal, so. Okay. Das Sprungtor könnte noch interessant sein. Das wäre dann das nächste. Wird vermutlich wieder was freigeschaltet. Schauen wir uns beim nächsten Mal an, Leute. Ist eine gute Idee, genau. Ich bin schon wieder eine Dreiviertelstunde unterwegs, ne? Also, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute ist Schluss. Ich sage danke fürs Dabeisen bei X4 Foundation. Schaltet wieder ein, wenn's weiter geht hier mit Käpt'n Chaos. Bis dahin. Ne gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020